Buh-dum-bum-bum-bum-bum-ja-bum Moin, der 12. Bundesliga-Spieltag steht heute wieder an und als Erinnerung daran nehmen wir jetzt den Zwischenstandsbericht von unserem Community-Tipp-Spiel zur Bundesliga. Also hier war der 11. Spieltag, oben sieht man wieder die Ergebnisse und unten sieht man unsere Tipp-Ergebnisse. Und wie immer, wenn wir das so machen wie immer, stellen wir fest, der Spieltag-Sieg ging in diesem Fall an Slidecurry, herzlichen Glückwunsch. Und er ist dadurch auch auf Platz 2 jetzt, zusammen mit Ronny auf Platz 3 und Jackie auf Platz 1. Herzlichen Glückwunsch an euch. Und ich stelle fest, dass immer wieder ein paar neue Leute hier unten dazukommen. Das freut mich natürlich auch zu sehen. Man sieht ja, wenn man neu einsteigt, was man auf unserem Discord-Server ganz einfach tun kann, dann wird man ganz schnell einige Plätze gut machen können, weil unten ein paar Leute leider aufgehört haben anscheinend zu tippen. Aber wer einsteigt, der kann schnell einige Plätze gut machen. Also, ja, lieber schnell, denn heute Abend geht es schon wieder weiter mit der Bundesliga. Also, Dankeschön fürs Vorbeischauen, wieder bei unserem Zwischenstandsbericht. Und bis zum nächsten Mal. Tschö-dü-dü-dü-dü.